Ja, hallo, mein Name ist Mara Michel, ich leite den Verband als Geschäftsführerin für Mode, Textil, Accessoire und Interieur. Und wir kommen regelmäßig zu dieser Messe aus drei Gründen. Einmal ist die Location einfach fantastisch. Und zum Zweiten sind die Gastgeber, nämlich die IGEDO, sowas von zuvorkommend freundlich, liebevoll. Es ist hier einfach immer Hilfe da und wir fühlen uns hier sehr gut, abgesehen davon, dass wir auch neue Kunden bekommen, dass wir ganz viele Interessenten am Stand hatten und uns, muss ich sagen, rundum gut gefühlt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.